die Uhr von 80 blickwinkeln leichter spielgucken ob das glück ist das liegt im Ausbetrachter sein verstand der glückwein mann da kommt denn der Panzerbräder hinten her die ganze Zeit war keiner ich muss erst ok noch habe ich doppelt Funk war das muss so so ich bin auf Savoort seid ihr Amis oder ja ich bin bei Skop drin ja der Rest ist alles nicht bei mir drin überlegt ihr das cool aber team wechselt es nicht denke ich ja macht weiter so als Lieder lässt man immer den anderen im Vortritt bei dieser Gelegenheit wird das schon schafft da neeeben scheiße so Latt got your six for your raping corpses we have tangos on echo ouch oh fuck stay alive fuck oh 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 da kommt aber eigentliches das ist eine schöne Zeit mit schöner Zeit das war noch ein Battle jetzt jemand mit dem Säger gespielt hat und nicht alle kurze Säger gesagt hat ja sicher ja haha haha nooo oh gott ist meine Handgelade oh gott ist meine Handgelade oh gott ist meine Handgelade Call of Duty's und Battlefields haben das eindeutig das ohne Spruch ich sehe einen feindlichen Soldaten doch doch der Meinung ist wieder mal ich behaupte selbst in Quake Arena Junge wird nicht so viel rum gehatet wie das ja aber der Hate gehört doch dazu oooh du hast mal wieder spielen ist das schlimm geworden der Hate ist real und das ist die Hauptsache ja ja du hast der ist da noch du Bastardes shit ne nein hinten bist du alias Fox groß hat er dich abgepiekt Junge das war ein anderer glaube ich das ist ein Glück ich wollte gerade sagen wer ist er der Junge für den Auftrag dieser Mensch hat er dich schön aufgepiekt hat er dich auf der Map die ganze Zeit gesehen denke so okay 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 BAM auf der Riga in die Fresse Boots Ju er verschämt er verschämt ihn in die Fresse reinhauen oh nein oh nein oh nein i am going to defend the castle king of my castle you have me I will feel my head I'm familiär ausbrechen hießen wo wir sehen wo wir sehen wo wir sehen wo wir sehen die richtung warum wenn man das mobile hat doch gewartet dass wir dahinter wohin schießt das rape das wäre meiner ich möchte meine wo schweißen haus Ich bin irgendwie auf dem Turm rausgekommen. Ich bin gespawnt und gedacht, Hubschrauber, unnatürliche Seitenlage, aussteigen. Und dann war ich direkt auf dem Dach. Ohne weiteres zu tun. Ich spawne hier von Leuten Millionen. Vielleicht nur treibt es auf. Ne, wenn du wüsstest, wie viel hier steht. Ja, Millionen. Aber leider bin ich ganz allein. Ja. Das ist keine Moll, ne? Ah, jetzt nicht mehr. Uh, und da wird er gerackt. Geht, fack. Oh, er kommt wieder zurück. Edi hat sich gefangen. Oder sowas. Hab ich, hab ich. Warte, er ist unter einer. Ich bin der Panzerfaust, fack you too. Geht glätscht. Geht glätscht. Geht glätscht. Oh, was? Da ist ein, äh, wird warm. Aha, it's called Reicher Kill. Okay, die Vögel in Battlefields sind unverwundbar. Ja. Das ist dann richtig. BIRDY. Wir haben einen Skydiver hier. Geht glätscht. Fack. Ah, du f***er. Ah, du f***er. Ah, du f***er. Ah, du f***er. Wie ist die Kill der Spinn? Man down. Man is down. Man is down. Tango is neutralized. Tango is neutralized. Tango is neutralized. Okay, dann geht's. Not. Nooooo, Yonu. Sogn. Sogn. Noooo! Noodle Panzer, boys. Sogn. Boots goes up, boots goes down. Sogn. 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 Ich behaupte, irgendjemand hat der Spieler eine Spawn-Buckel oder so ne Scheiße. Ah, da kommt ja was. Oh shit. A bit. Out. Au, au, au. Dann. Hier sind deine Kugeln, Mann. Hier sind deine Kugeln, Mann. Oh, really? Ne, na klar. Ich kann immer nicht switchen. Vielleicht bist du in dem Team halt einfach nicht erwünscht. Das kann gut sein. Oh, fällig auf, lass da drauf, Junge. Ah. Fuck. 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 Ich glaube, ist das bei mir in der Tür, ich glaube, ich will mal gucken. Die Snow war da vom Weg ab und kommen. Was ist mit dir los? Krieg oder wat? Wer liegt denn da oben? Ja klar. Ciao Schütze. Da liegt die Kugeln. Da liegt die Kugeln. Was ist mit dir die Kugeln? Oh, da scheint ein weiterer Interkontor zu sein. Du bist mit deiner Position. Oh, da scheint ein weiterer Interkontor zu sein. Was ist mit deiner Position? auch Schaut, aut, aut! Ohhhh Hat er nicht gedacht, Junge Kommt hier echt ein Hubschrauber eingeflogen? Ich krieg nen Knall Oh, 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 oh Ah, ich kann nicht behalten Ihr seid einfach zu viel, Junge Ey, mir ist da und sag gerne Wow Reload, reload Scheiße Auf deiner Seite, auf dem Überall liegen Auf dem Pedaler Oh Team Switch Welches Squad seid ihr? Das was voll ist, wetten? Das was voll ist, ja Mein Auto belänzt ihn quasi die ganze Zeit schon, ja Mist, hat der meine... Oh, die hören ja nicht zu Bitte? Ja Mindestens zweimal hab ich's mitbekommen Hat er euch gebeten, jemanden rauszuschmeißen, weil der Squad voll ist Wow Switching the Wing Team is not allowed Wo steht, dass sie gewinnen, verdammte Scheiße Bald! So, die Boys, ich bin back Wie warst du schön ruhig gerade? Na, verzeih Stopp Ähm Das Dock nicht mehr im Spot Hä? Because of you Wieso nun? Ja Hat er gequittet? Wage Crit, oder was? Wack, sprich doch nicht heute ein Irgendwas ist mit ihm nicht richtig Junge Blatt Report in Diese Huse, Spornbacke Einsatzstil Delta ist verloren Einfach mal die... Auf 4.000 hochgedreht Guck mal, Gillette, Gillette Bin grad mit Foxxon bei Altbar Ne, ich rede das Squad Blödes Arschloch Boah Das war übrigens Mila Liebes Stream Viewer Ich hasse das, ey, du Das macht er immer so Du bist an einem Reparieren deines Fahrzeugs, weil's kein anderes Arsch macht Und dann wird dir's weggeklaut Da wünsche ich mir manchmal, Fred, die Feier, weißt du das? So, ich dachte dann, danke Du um den Arsch entkriegst, das ist ein Def-Reind-Zuh-Heim-Andler Team geht echt egal, mal, ey Das ist Battlefield, man Man Assi-Battlefield-Done Assi-Battlefield-Done Assi-Battlefield Ich geh mit der M40 umhauten und Eckhock obendrauf Ich geh mit der M40 umhauten und Eckhock obendrauf Oh Bist du gerade dritterer runtergesprungen, gestorben? Ja, auf dem Stein Ja, als du ne Rakete auf die Suche getrungen bist Ja, das war ich Okay Wieder da Hey, hey Hallo Ich versichere dir, wir freuen uns Das So klingt das nach einer Lüge Bis jetzt hat's bestimmt geglaubt, aber jetzt? Ist vorbei, Alter, das ist alles kaputt gemacht Die Liebe ist raus Die Spannung ist Wow He's down Ah Gott, dann hast du so gut Den Temperatur, so Ich bin tot Ich habe Atelier Support hier So Juliet Now part of Juliet Now part of Juliet Now part of Juliet Wow, Tango is his away Oh shit Ah, da liegt er Oh shit Ah, da liegt er Wie lange gelebt Ja Oh Der Patrone sie, Junge Dafür kommt auch anders Yo Ich überleg ob ich gleich nur nach Innsbruck fahren soll Lass das lieber, da haben meine Eltern geherrattet Das ist kalt scheiß Junge Kausalität? Fragezeichen Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich habe saubere 511 Ich gehe erstmal hier ganz genau für dich hecken Ja, mach das Ja, tue ich auch Oh yeah Hier ist deine Munition Ich bin froh, dass ich die ganze Zeit hier warte und die ganze Zeit hier muss ich die ganze Zeit diese Scheiße hier machen Skydive ist auf Scheiß Artillerie Hey, aufrufen! Einser, die Scheiße ist verloren! Huh, Bubis Bubis? Bubis? Dann boob ich mich Bubis als Bubis Hallo, Bubis Hallo, Bubis Bub, Bub, Bubis Bub, Bub, Bubis Gott Ich bin ein einfacher Mann, okay? Hey, komm, auch komplexe Persönlichkeiten mögen Bubis Ich habe ein paar nicht die Soldaten gesehen, und er scheint fein nicht der Fanker zu sein 510er von der Kugel Ich wollte das BD-Kind Junge, woher zum Wichser? What? Ach dort, Slipers Arty, incoming Ja, das war schon zu spät Ja, das war schon zu spät Warum bist du nicht wieder rüber? Ich bin nicht wieder rüber, ich konnte nicht wechseln Ja Ja, ähm Swishing Team is not allowed on losing Team Er, on winning Team Scheiße Ja, der kann durch Ja Der kann durch Der kann durch Der kann durch Mit die Rohre, aber dieses Ah, f*** dich, Junge You are not allowed Oh, ich glaube da kommt einer Treppe auch Warte mal, da oben steht einer, wenn der stimmt jetzt erst Oh, das hinschraubelt wir uns Dann ist er hier quasi, kreischermäßig Ja, wo uns Oh, was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Was sagt? Ja, 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 ich bin schon dran, ich bin schon dran Oh, frei hab ich Nein, ne, Reiß Ach ja Krass ist aber, dass ihr da überlebt habt so lange, ja? Das hat joch da keiner gesehen, ob die scheißen Dings Ich meine, ich hab euch da auch nicht gesehen Ja, genau. Dass wir jetzt alle gestorben sind, das ist doof Ja man, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg da rauf Das wir tun Da Ja, da Geht mal Wow, ich habe einen Punion hier. Mmmmm. Mmmmm. Problem ist, ever. Daaaat! Wo? Außerhalb. Hier außerhalb. Ja, weil ich die Himmelsrichtung das ist, kann ich dir leider nicht sagen. Geil, ja. Waldgrenze. Norden, glaub ich. Wir haben die Kontrolle übereinsat. Ich hab's doch versuch'n. Ah! Huuuuhuuhu. Aber enemy ist hüsten. Kann er runterkommen? Äh, der Mensch. Hast du ihn? Ja, ja, klar. Tiere? Da kommt noch eine, noch eine, noch eine. Warte, warte, warte. Ah, ja. Na klar, Junge. Na, Junge mit der Airburst, du kleiner Hunde. Hundeführer, Junge. Ich muss die doch alle lernen, Junge. Äh, skillen hier die Scheiße. Ja. Ja, skill. Bewegung, plus 4. Wie guck, plus 4. Wie guck, plus 4. Rumpst sich hier neben dem Piloten, wer schnick das nicht. Dork. Wenn's abschürzt, äh, ja. Nein, das ist Dork. Mir trau' ich dir auch nicht so weit. Oh mein Gott, er hat ihn einfach gedampft. Wer macht sowas? Nein! Ich hab nicht gedacht, dass du da her getoppt bist. Du Affen, Jonas, Junge. Oh nein, der Panzer hab ich erwischt. Ja, wie er da runterrutscht, ist niemand's Land. Penis. Ja, die Muscher wollte ich nicht. Ah, fuck it. Und dann, da, so. Ist das vielleicht etwas übertrieben gewesen, aber... Ist das weg, heil ich die mit... Ja, genau. Ja, genau. Äh, 80-fach nur, denke ich, schreibt er. Oh, jetzt rüber weg, scheiße. You are so alone. You have winned the game. I have verkackt the game. Is there a bonus for verkackt? Oh, der spitz an der Tür. Was ist das? Dingau. Dingau. Hm. Freiband, Junge, für die... MTA R21. So. Hat man echt gebrauchen. Niemand hat meine Scores gesehen. Der Scores? Hm. Was ist der... Ganz unten. Ne, 8, 16. Hm. Mal machen. Es ist locker der lag gewesen. Es ist locker der lag gewesen. 26. 26. Ich bin im Shuffle sogar die ganze Zeit. Oh. Was ist das? King. Äh, äh, Pink. King. 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 Ach, da ist ja King. King. Jo. Was kommt eigentlich da gerade vor 7? King. Hm. Innsbruck oder nicht? Innsbruck. Nicht Innsbruck. Ich glaube ehrlich gesagt doch Innsbruck. Was? Na, weil ein Arbeitskollege von mir da hin will. Ähm, das ist heute irgendwie so eine Veranstaltung. So halb Botze, halb Flohmarkt für Snowboard Equipment Scheiß. Aber halt mit Mucke und Saufen und Pressständen. Und da will er eigentlich ganz gerne hin. Und ich habe ihm eigentlich vor ein paar Tagen gesagt, dass ich da wahrscheinlich mitkomme. Und ich glaube ich werde es tatsächlich tun. Durch die Gegend klatschen, bisschen was trinken, möglichst wichtig aussehen. Wie gesagt. Heiße Snowboard Checks anquatschen. Das ist hier sowieso total unnormal Junge. Hm. Ich meine das ist halt sowieso so ein Style den ich feiere bei Frauen. Aber die sehen hier alle echt lieblich gut aus man. Ist schon abgefahren. Nein, wie man das Snowboard fährt. Was? Körperlich. Naja. Du musst nicht super fit sein um Snowboard zu sein. Ich bin etwas länger fahren will schon. Aber ich halte das ja auch aus. Ich bin jetzt eigentlich nicht so fit. Oh Gott. Die Map, Junge. Uh, Scopus bei uns im Squabble. Oh, yeah. Und der Boy hat sich ein Jet gesichert und keine Ahnung was er damit tun muss. Oh, ja. Tito. Oh, da müssen wir nicht abstimmen. Fangen damit an. Wie wir in die Sonne fliegen, ich sehe ihn nicht. Da ist alles Sport beschlossen. Ich habe keinen Sound, ich habe keinen Sound. Ohne Sound nix fighten. Oh, da kommt einer, da kommt einer rein. Hast du ihn? Hast du ihn? Negativ. Ich habe ihn an meiner Six. Tango Tango Cash. Copy, Copy. Er ist leider Six. Oh, boi. Ich ziehe ihn ab. Okay, er zieht mich ab. Hardcore Madovering. Schön, wie ich es gerade beobachten kann. Ich versuche Abstand zu gewinnen. Fakt. Oh, das ist ein Hubschrauber. Mhm. Fühlt viel im Kampf. Wie, du fielst im Kampf. Ich habe... Verfeiung. Der Hügel war stärker. Ein Kampf mit der Naturgewalt veranlassen. Weißt du, ich habe versucht einen Raumteilenden Konturenflug zu machen. Okay. Hat nicht funktioniert. Erbliche Schüsse. Cobra Manöver. Mit dem Ding? Gugel mit der Frog-Mut kommt der wie an. Gugel, kannst du vielleicht in Popel-Manöver füllen? Gugel... Hallo Popel-Manöver. Bidu! Bidu! Das wird nieder! Steig ein, ich steig auf! Okay, I'm out! Steig ein! Den klauselt er eh wieder, Bila! Ich will dir was zeigen! Ja, klar! Was ist los? Steig den zusammen ein! Wir haben repariert, wir haben repariert! So, alle, jetzt geht hier los! Da steht er! Ist hier nicht mehr irgendeiner der Fahrzeuge bekämpft, oder was? Gerade nicht, ne? Boah! Panzerbeschrotten wurden, Pio ständig anvisiert, der Heli ständig in der Luft, ich dachte, der ist runtergeknallt! Bip, Wuru, Bip, Bip! Wir haben gerade erreicht, dass wir Delta neutralisiert sind! Was ist denn so? Super Tief! Wow! Junge, 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 Junge! Oh! Oh, das ist die... Der fliegt nix von mir hin, der Bastard! Na, 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 Freudchen! Erst dann kannst du den anders, du Affe! Oh, das ist unser Panzer, ne? Gar dem! Ich hab den Sniper vom Turm runtergeholt! Und zwar... Richtig, äh, im Kopf, ne? Ähm, Panzer bei D? Ähm, 1 bei... Ich hab den Stinger dabei gerade! Gut! Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! ZBD9! Okay, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn! I'm gonna find it everywhere! Oh mein Gott! Skydiver of my Kopf! Na was? Oh, mit der Rex! Fuck! Der Hater, Junge, das sind zwei Schafe, das Junge! Die wollen doch hier oben campen, das seh ich doch! Oben auf dem Turm oder was? Nee, hier, äh... Hügel... Hügel an D! Unterwegs! Schaffen wir es irgendwas zu halten hier? Das Doomsday Quad wird das regelt! Hügel an D! 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 Du darfst keine Angst haben, vor allem ein bisschen Hangtime, Junge! Hügel an D! 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 Läuft! Einmal raus! Lass uns zur Hölle! Oh, der hat mich! Sieht gut aus, sieht gut aus! Der geht runter! Das war nicht mein Verdienst! Der hat mich einfach mal... Kurz voraus das Ding einschlägt, da kann sich die Rakete normalerweise nicht mehr abwehren! Und dann macht das Ding eine Spiral auf das Ding! Okay, jetzt haben wir hier Fahrzeug... Vor uns! Überfahrt! Brot! Wow! Was war das? Gotcha, Mitch! No, ich werd gemessert, ich werd gemessert auf dem Hügel! Auf dem Hügel! Wo hast du, wo hast du? Auf dem Hügel, sag ich doch! Weg! Zwischen dir und Doc, glaub ich! Was? Das kann ich dir aktuell nicht beschreiben! Das ist der Typ hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Aber ich hab ihn! Ja! Junge, die Szene sah aus, ey! Eigentlich hätte ich die Benny Hill Musik pfeifen sollen, aber ich wollte die Situation lieber auflösen! Habt ihr Stream und so? Ne, Docs streamed! Toll! Glaub ich, oder? Ja! Also, ich jedenfalls nicht! What the fuck! Get rekt, son! Du kannst dir mal den Stabeln zufischen, der... Du kannst dir mal den Stabeln zufischen, der... Ich arbeite gerade, Junge! Oh, ist mein Panzer! Dann ist es schon wieder der Dings, Junge, der... Was ich hier... Das ist Italiener? Oh, shit, 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 shit! Oh, shit, 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 shit! Super close! Ups! Von rechts kam er. Ja, er ist an. Jesus hat ihn ausgeschaltet. Jesus! Jesus, take the wheel! No way, no! Was war der denn? What the fuck? Ja, der schießt auf mich! Mayday! Ah, Mist! Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein... Kein Ahnung, wie ist das Ding heißt. Er ist ein... Er ist ein... Er ist ein richtiger... Oh! Ich hab ihn gesehen! Hab ich nicht getroffen! Hab ich nicht getroffen! Ausgelöscht! Ge-confirmed! Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert! Da kommt ne Drohne runter! Oh! Was? 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 Allein das schnelle... Was? 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 Das war ein netter Kill! Ich hab ihn getroffen, aber er ist noch nicht tot! Fuck! Jetzt bin ich tot! Warum? Hilfe zählt, jetzt geht! Hier! Boi! Ich geh jetzt! Ich hab nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzer! Letztlich seine aktuelle Position! Wir müssen hier dringend mal irgendwie ein Frühwarnsystem errichten! Was? 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 Panzer auf der Straße! Was? 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 Das sind... Das ist mir 2! Sind das denn jetzt? WTF... Ich gebrrrrratze... Bah! Das ist mir nicht einmal... Ja? Hast du ihn? Nein, nein! Wir haben gerade einen am Ziel... Diefst du nicht! Das kann doch nicht sein! Ich hab ihn am Fallschirm hängend erwischt. Muss noch mehr sein, der war nicht alleine. Ja ich weiß, ich hab schon einen geortet. Einsatzziel Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Hab ihn. Also zwei hab ich ausgeschaltet, mehr ist hier glaub ich nicht. Gut, dass ich den Beacon aufgestellt hab. Ich hab ihn gesehen, ich zote ich ihn mir, den kleinen Schranzer Junge. Komm zu Papa Boris. Ich bin gemessen. Wo kommt's? Der ist noch hier. Ich bin das jetzt zwei wieder auf der Gottliebenscheibe. Alles klar. Einer weg. Wieder oben, zwei Mann auf dem. Ah ja, okay, alles klar. Ja, aussehen. Neben. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Da ist ein Feindfahrzeug. Fremdlich von dir. Ah, komm schon, Junge. Fuckboy. Das ist doch ne Fuckboy, Mann. Ja. Fuck. Fuck. Ah, hat mich. Den rechten hab ich verwundet. Das ist doch nicht so ein B-Wenn-A-Dich-Hand. Ich muss nachladen. Fuck bin da. Die haben mich die Beäuse. Brrrrrr. Oh, das ist ein Panzer. Oh. Ja, den rechten hab ich erwischt aber der eine ist noch da. Fuck, ich hab das Geländer vor ihm getroffen. Uah, Panzer! Ich bin einfach drückhaltlos explodiert. Ich hoffe, hab ich ihn. Ja, Mila, ich komm bei dir zum Reparieren. Yeah! Ja, ich glaub ich hab die Zeit geschuldet. Okay, good to go. Ich bin von Trieb voraus, Mila recht gefangen ist. Ist hoch, kommt hoch, kommt hoch! Er ist in meine Clayball reingelaufen. Was ist das? Ich hab ne Pio hier. Ja, der ist da rechts, ich geh holen, warte. Oh mein Gott, er hat mich mit der RBG erschossen. Hallo Gott, er ist in den Panzer eingestiegen. Der Panzer gestiegen! Der Panzer gestiegen! Der Panzer! Der, der du! Ja! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, das ist doch ein Panzer! 2 Hits! Panzer down! Das war ein 2er Panzer! Ja! Und noch AT! Die Hurensohn-Army kommt und überrollt uns, Junge! Quatsch! Halt die Stellung! Oh nein! War der Ernst? Verstanden? Stellung geil! Wir tot! Wir tot! Arschlag down! Arschlag! Die Eiser auch! Und... 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 Ab ihn! Wir sind immer aus dem Parkplatz. Wo packt die Scharfschützenbefeuern wieder? Ja. Ja. Ich hab das zeuglichen Panzer genommen. Ich bin gerade in Position gesichtet. Ich bin schon da, Junge. Oh ne! Wo kommt das denn jetzt hier? Was hat sich erwischt? Na einfach. Antenne. Wo? Okay. Die Linksaußen, der Ausleger. Die so weißen Dinger, die du nach links gehst, siehst du. Boah! Ja. Aber ich hab nur ein G36, also ich kann nicht... ...nicht wirklich reagieren. Wie gerne, ich ein G36 hätte. Ich hab noch mehrere da oben. Ein... Ich hab... Ich unterdrück... Ich killed, I killed Johnny! Englisch. Ich hab's so... Ich hab's so drauf reingeschaltet. Das läuft ja. Oh fuck! Die wieder erwischt. Ich hab das... Ich hab's so drauf reingeschaltet. Oh fuck! Wuh! Shit. Wir hatten gerade eins, das geht schon, die verliebt. Ich hab's so drauf. Okay, Kinder. Wenn ich nur nach Info will, das ist langsam Zeit für mich zu gehen. Oh, ich kriege ich nicht. Wohin willst du? Wohin? Wohin? Kinders, ich werde euch nun verlassen. Ja. Tja. Fieht mir auch schon so ein bisschen weh und so. Aber... Tja, wie er looten kann ich? Immerhin hab ich mal wieder geschafft, ein bisschen zu... Habt mich in letzter Zeit irgendwie gar nicht zu... Das ist doch Smyra. Es ist blaues Licht. Nein. Das Durchladen, dann sehst du's. Was macht das? Nein! 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 Ah, ich seh dann euer disaster live in die Kamera sieht. Mhm. Oh, ja, ich seh euer disaster live in die Kamera. Ich glaub, wenn du's draufklickst, kannst du's noch groß machen. Bei Scope hab ich's zumindest. Scope hat geladen. Doc hat geladen. Doc hat geladen. Doch, ich hab's nicht in der Rest auch noch. Ne, ich guck ihn auch nicht. Eben. Kann aber. So dann. Euch noch einen Wunder gemeinsamen Sonntagabend. Juhu. 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 Ich hab morgen und übermorgen noch frei. Könnt gut sein. Irgendwie Dienstag mal rein. Hinschau, ist da jemand da? Tags wieder, du? Also, Vormittag. Vormittag? Cancell that. Alright. Oh nein! Oh nein! Two Curses. Mh. 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 Was, bist du drauf? Kranz mission. Nein, ich bin nicht drauf, aber ... Mh. 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 Ich hab mich nur in Aspekt geknckt. So. Er ist tot, Mh. Er ist tot. Ja, aber Dropen werde ich noch von sonst dentroof an gesehen. Åh, ey. Junge larg、 ratet wer oben ist. Räte mir das grad aufz. Zaiga dat, ey. Du zu. Aaah, danke. Garten quantiker Panzer. Rest in deiner Position. Oh fuck, daneben. Och participate jetzt vor? Ist doch runtergesprungen genau? Nein, ist heil, aber schon wieder kommt panzer 60 prozent schaden natürlich warum ist denn nicht markiert weil dinge dinge ja weil die leute nicht gut rücken würden man sind kill haben hätte doch nicht so das stimmt über panzer 60 prozent schaden ich dachte ich habe sie wieder bei den panzer und das ist ich wollte erst mal nein nicht wiederbeleben das ist ein panzer genommen wenn man eigentlich mal wieder verfügbar zwei skydiver sind raus das könnte mich aufregen was hat er überhaupt hier zu suchen gesagt das kann ich einfach raus ich hab's gesagt warum bekämpft du sie dann nicht da waren 34 kaliber 50 obendrauf bekämpft sie gefällig ich habe auch keine 360 grad sicht da hast du mit 360 grad sicht habe ich nicht ganz um einmal um die ecke dreh und wo ja und da sind wo der war ziemlich nah bei mir der sitz da wo ich liege einer habe ich kontakt vor mir also meine schrift vor ich bin so schlecht mit der waffe ich bin unbedingt die andere aufrechschreiben, schnell, schnell Achja, das geht ja nicht, Battlefield, ich hab mich die ganze Zeit auf den Rotor geschossen Nein! What the fuck, Mario? Äh, unten laufend, äh, Richtung kommend Unten laufend, Richtung kommend, verstanden Also unterhalb, der ja cool laufen ist Ja, gut, die hier Eine andere Flagge bei Charlie Feindlicher Helikopter zu sein, feindlicher der Holy Town Die Scheidung ist zogen grad Ah Vehicle is history Ist doch irgendwie meine Familie, oder bin ich das letzte Morricaner, der hier rumbockt? Na klar Feindlicher Panzer zu sein, bestlich deiner Position Ah, verdammt Oh, ey, doofe, dämliche Scheide Ah, natürlich Doch, wo war's für jetzt? Was ist denn wohl? Er ist hier Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Gut Der Schossel Boah, ist die Frage Boah, ist die Frage Halt den Dude hier Curses Da wird echt niemand unter meiner, auch meine Mine, Junge Die sind ziemlich sichtbar Aber die sieht man schlecht an Hab ich Ist weg Ist weg Und außerdem darf man da mit mehr legen, als die nur drei Die Regelangebote Ach, ihr snipert hier rum, ja? Oh, noch um Ähm Aus der Baustelle heraus Ja Drei Das Stockwerk Ne, erste Stockwerk Sorry Ach, ihr snipert hier rum, ja? Kein Problem, gerne wieder Da scheint ein freundliches Fahrzeug zu sein Südlich deiner Position Wie ist es? Siegt sich, links nach rechts Richtung der Boah, jetzt sind wir noch da Ja, wo noch Mehr Baustelle Zweifel Nenn sich Oh man hat das halt einen lieben Schotten sehen Curses Hungeee Wieder, ey Oh, Mila hat Infanterie direkt hinter sich Ich habe einen Panzer, der komischerweise keine Produktile hat. Ey, ist klar, du. Zweimal hat mich der Panzer beschossen, nicht einmal ist ein Produktil auf mich geflogen. Ich werde beschossen, aber ich sehe nicht mal, ja. Hallo. Das ist ein Dickzell, man kann so machen. Oh, Mann. Was braucht ihr da hinten, Moon oder Sun? Moon wäre ja wichtiger. So, what, Patroni? Oh, fuck, woher? Da bist du, wow. Verrückter. Keine Ahnung, wo du hinwennst, aber du solltest lieber wieder herkommen. Hinter euch, hinter euch, 6 Uhr, 6 Uhr, we're dock. Schau, schießt doch um mich. Mist, ah, Helikopter. Jet, Junge, was? Echt jetzt? Quantan. Okay, ich höre auf, bei euch zu sporten, ich gehe wieder zurück. Ja, ja. Wir verlieren zu viel. Oh, nein. Was? Wie ging denn das jetzt? Was haben wir zu einer Goldmacht? I'm on my way. Mit bei den Baustellen. Ich werde keine Lagerhalle. Ich habe Sichtkontakt zu einem feitigen Scharfschützen. Hm, hm. Du, 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 du. Ab nach euch, als breites Gewiss auf Wasser. Da ist noch einer, ne? Ähm. Nicht tot hier. Ja. Oh, hey. Oh, der Rufschauber. Ich habe 2,1, 1, 2, 10, 1, 2, 1. Ich habe Lichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schütz. Dördlich deiner Stellung. Wir kontrollieren jetzt Einsatz von Alpha. Ich kann einer mal nach E und den ist einfach da wegkommen. Markiert. 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 Markiert halten. Ja? Markiert halten. Das ist witzig. Der läuft halt im Blügeräude, um irgendwie nichts markiert. Ich muss mir jetzt einfach mal kurz markiert, der läuft. Das ist ein Baustellen. Ich suche ihn. Oh nein, nicht einfach so was. Äh, zu schluss, der kleine Lagerhalle wieder. Weltblechhütte, Weltblechhalle, will ich es nennen. Ich muss jetzt wieder einen Flug machen. Sollte, ja. Ich kann es mal wieder wieder zugeben, bitte. Oh, doch, ich schaffst. Ja, 400, ey. Ich schaffe einen feindlichen Panzerjäger, genau endlich deiner Position gesichtet. Ich schaffe nichts. Ruck, ruck, ruck. Oh, das kommt ja gar nicht. Kann der Kartak, Junge. Wo kommt der denn her? Lol, der Spast saß da. Doch, komm, ja. Und die Flak wieder auf der Hakt über die gesamte Net. Ey, ist klar. Fakt, wie ich das hier behasse. Ich brauche mehr Warschippers. Wow, Schausch ist eine Wechsel. Ja, weiter. Zitsch! Zitsch! Vicky sollnmarktlos! Also ich mein wir, 3-mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja 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 ja! Ja ja! Einen hab ich! Einen hab ich! Nie die Meda hier! Oh Mann! Requesting Sanitator! Dankeschön! Mein Schuh! Starding! entschuldigen sie es ist das zusätzliche häuschen und bei eben dorthin wurde geschossen da oben wohl war was kommt was kommt ich mache nichts gegen diese schlau bär sich ja dass die reparieren das war halt weg ich war drinnen, Fox, bei dir ich bin gleich ich war schallig einfach stumpf durch was passiert da sind wir jenseits von ja ja ja, Spawnback, ne? ja und den Vertrieb ist da mehr oder was? ne, wenn wir nur auf einmal alle geschossen ne, das piept doch äh, die pata passiert nichts die pata voraus oh, ich hab nichts dabei ich auch nicht, raus, tot, versterben argh merde bravo frag out oh, sniper, linke hat ja, in nebengebäude, oh, ja oh, fahrt sei zerstört oh, der kommt zerstört oh, der kommt zerstört oh, fahrt sei zerstört oh, fahrt sei zerstört D ist verloren oh, der D ist verloren oh, der D ist verloren oh, das verloren ich weiß ja oh, wuh hat er was ey Hubschrauber, das ist doch weil der schließt so schlecht du, das ist haugige der ist so schlecht neben dem Schrauber dann bleib besser wenn du kannst oh, ich hab' mehr Stimmenunterstützung einfach Mörder enemy Saugen zeige war ganz nein bluh nicht drehend rieren wusser rocker das raus we have capture he's wuss juhu kontakt von der gotten patsche die straße die feindliche straße wuhr röin aus der schwelle dumm und behindert also ich habe auch dass das was wird bei mir nicht mit es geht mir gerade echt hart auf die müsse bis weiflich aber ich habe vorhin ein komplettes set mir fertig gemacht und gespeichert und ich sehe es allein anhand des ganzen medic materials dass ich auf einmal 30 fucking bandage nicht eine elastische und ich habe mir das vorher alles anders eingestellt habe das jetzt geladen und er sagt dafür kann aber nicht das auch mal was das liegt daran dass du etwas ausgewählt hast was vor und jedes mal wenn uns das nasa rein geht wird es wieder neu equipped aber das kann doch nicht sein dass er es nicht vernünftig speichert ist vernünftig aber wenn du reingehst wird es automatisch befüllt befüllt er jetzt diese beste wird automatisch befüllt egal ob du speichern oder nicht verstehst du das du hast dann dann speichern und das automatisch füllen und das wird draufgepackt jedes mal wieder draufgepackt hast nichts mit dem speichern zu tun was oh wir haben ein enemy tank behind du musst denn eine andere weste aussuchen laden 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 i cant, i cant, i cant, i cant Lege Panzer mit dem Feuerraum! Ich weiß nicht, ob ich von der URF-Einheit war. Natürlich! Der PC, IOTV... Nö, die Luftabwehr hier. Die Bromstimme rammt. Jetzt trifft er mich. Ach du bist auf ihn zugestürmt! Ja! Ach so, wer ist denn er? Ich habe nichts dabei. Der Hubschrauber, glaube ich. Hubschrauber. Oh, was? Nein, 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 nein! Ach, Entschuldigung, war's langsam. Wir haben keinen mehr, ne? Egal, ich hab trotzdem... Ach, kommt noch einer! Ey! Fuck it, ehrlich, du! Ja, schau, schau, wir treffen mal! Ah, Mist! Schnell wechseln! Wo willst du hin? Echo? Icky, ja, ja, aufs Dach und dann still. Catch her with the flag und so. Aber wir haben ihn verloren. Aber da sind genaue Punkte, wir sie einnehmen. Wow! Snap Hotel! Mila, weißt du, wie diese Helme heißen? Die, äh, die, äh, mit iFight for van der Leyen und so? Ja, das ist der Hubschrauber. Über der Hogwarts gesagt? OBSCOR nicht Hogwarts. Also, wie immer von OBSCOR vor van der Leyen, das ist ja... Weißt du, dass wir es alle auf dem Helm stehen hatten bei der Mission? Ne, ne, hab ich nicht drauf verachtet. Weil wegen... Alle auf der linken Seite vom Helm hatten wir stehen, iFight for van der Leyen. Ich mein, ich kenne ja den Helm und den Patcherwagen. Hm... Hat sie geniebt. Jawoll, Level Up. Ja, man, ich auch. Ach so, das Highscore Perk. Uh, es gab auch noch mal ordentlich XP gerade. Ja, ist ja heute Double XP Weekend. Ich hab noch 200 Boosts angemacht. Ich hab noch 200 Boosts angemacht. Steck das? Probier's doch mal, schmeckt das? Klastik, das war nicht. Was? 29,1,7 Kilo. Damit kann ich arbeiten. Doppel, Doppel. Es bräuchte man die Summe Töten. Wie nochmal? Oh Gott, nein, ich sag halt. Warum nicht? Schanghai. Erzähl mal, warum. Nicht. Ach so, oder so. Ey. That is not real. So. Ich hasse Schanghai. I don't like it. I don't like it. Schanghai ist die schöne Stadt? Ich dachte, die Match. Ja. Schanghai. Fuck the food. Was nehme ich denn? Ich nehme mal den Sunny-Mörder oder den Versorger. Sunny-Mörder. The stage is yours. The stage is yours. Okay. Boost verfügbar. Dann haue ich mal den Boost rein. Und zwar den. Ah. Warum darf ich nur 50er auswählen? Yay. Frederik kommt nachher auch noch an. Dann kann ich wieder zu. Ich habe noch 500.000, 637 Milliarden 200er und dann noch doppelt zu viele. Okay. Irgendwie spaßtet das rum. Ich kann gar nichts anklicken. Ich werde mal. Vielleicht mag ich von euch nachher dann auch noch einer mitmischen mit Frederik und ich Chaos verbreiten. Lass doch noch Bescheid, vielleicht mache ich mit. Was macht sie denn? Frederik wollte auf jeden Fall nochmal Fallschirm springen trainieren, weil sein erster Sprung war fast so beschissen wie mein erster Sprung. Er hatte nur den Vorteil, dass Fox ihm gesagt hat, wie man den Fallschirm öffnet. Mir wurde das nicht gesagt. Dementsprechend bin ich voll aufgeschlagen und er nur teilweise. Ich hatte den Fallschirm auf 100 Meter geöffnet, das ist ein bisschen knapp. Ja, ich habe ihn dafür gar nicht geöffnet, weil ich dachte, Elmo hat es nicht. Ja, hallo. Da geht er wohl automatisch auf. Da gab es einen großen, großen Fleck. Gibt es hier auch welche? Gibt auch welche, die automatisch werden. Wie gesagt, das war halt so ein bisschen das Problem zu wissen, verdammt. Irgendwie haben wir uns, äh, hm. Da passte die Absprache jetzt nicht. Na dann. Komm, gleich wieder. Da kam ich schon mal hier rein geflogen und killt uns alle. Wie vor, wie hättest du mal hier? Da ist er! Ne, das ist das andere. Vorne, vorne! Vertreib! Auf der Terrasse ist ein Feind. Ui, der ist ja bewaffnet. Hast du den einen rausschweißen? Hab ihn! Ah, you're welcome! Oh, oh! Oh, oh! Ja, kein Problem, ich hab ihn! Weckerämmt! Sag mal, wie viel Panzerung hat so ein Fernhek? Hält der das ein bisschen von mir ab, wenn ich irgendwie jetzt wieder Helis rufe, um meinen Wegen Kollisionen wieder zu exkribieren? Könnte der das eventuell ein wenig von mir abhalten, wenn ich den Passen das bis ich stelle? Gut, dass ich zitter Ding aufs Pappe. Äh. Du meinst jetzt die Manifanz-Ekrision von den Küsten, oder? Nein, ich hab das... Raus jetzt springen! Jawoll! Das ist vorhin das Problem, dass ich, äh, für Helis geordert habe, Oh, ne, ist ja falsch, ich will den nächsten... Nee, das ist auch der Platz. Wo ist den nächsten? Die meinst du hier vier? Oder die vier oder sowas? Hier unten steht ein Pass? Okay, weg ist es. Ja, ich mein, einer hält der vielleicht aus, aber die zweite nicht mehr. Was? Nein, die haben alle nichts abbekommen. Die sind einfach nur explodiert. Ja, weil wenn du zu viele holst, spawnt einer im Hangar, in diesen Pub-Hangars. Also diese Stoff-Hangars. Die explodieren natürlich dann, weil Struktur in Struktur geht nicht. Ja, den Hangar hab ich auch einmal in die Luft zu bringen. Warte, ist das für eine Spray-Waffe, Junge? Oh, 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 oh! Haffel! Okay, 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 okay! Feuern in drei, zwei, eins! Opening, go! Un-un-un-un-un-un er hat so eine was er hat und ist johann ist johann junger ist klar die gab verschießen sie ist links auf dem hochhaus und das kam die rakete verstanden ich dachte das kopf war gar nicht was passt Waaahhhhhhhhhhhhhhhh Ich bin wieder meiner Rennsemmel, der war cool Die Little Bird Das ist so War so ein Igler oder so eine Panzerabwehr? Nee, Panzerabwehr Wir sehen ja da alles, ne? Aber ich üb' gerade mit dem Sohn. Dann nimm's doch lieber deine Fliege im Ose Sohn der Schalding, weil, ähm, denkst du so? Ein paar Schuhe? Ja, er kann's hinten hinter Alter, f*** Nochmal, warum ist jetzt ein Panzer hinter mir? Alter Runter kommt der Heli Ja F*** euch doch alle gerade, ey Warte, ne? Warte, ne? No! Ja! Scharfergast 1 Gleiterweil daraus Ja, ich bin down, ne? Soll ich bei dir spawnen, mach? Ja, klar, ich brauche mich mit dem Fahrstuhl direkt Let's f***, f*** F*** Kampasser vor mir, oh mein Gott, oh mein Gott Hätte jetzt die vierlichen, bestimmt 1 oder 2 angepackt Gepäckte schon Ja, Mann Alter, war das knapp Die Tür, die Tür und da sind zwei Mann drauf Oh, f*** Egalen vor Flash Oh, hier Suchfrauber Meine ganz Ruhe frei, wenn man mit dem Hegel eigentlich aufschaffen ist, ist das eine echt schlechte Idee Bitte was? Gening höher Okay, Dach ist frei, oben liegt ein Schafschutz auf dem Dach Oh, f*** Oh, f*** Kampferpschlauber Oh, ich hab ein bisschen verworfen Gegenüberliegend Ne, auf den großen Hurenzahndach da Okay, lass mich, lass mich Gib mir ein Ziel Oh ja, Fahrzeugkill Hilfe, Ziel, Askill, awesome Ja, Piggy In den Kopf Kein Scheiß Hast du ständig, wie ich kriege da Ist das Classic Mode, kann ich hier nicht so join' Ich bin noch schlau, ich bin noch Arzt Ich bin noch Arzt Gott, ich bin bei Kiwi Bis boh, das Kiwi Juli sei ich fast behandelt, der ist Gott wieder, Mila ist Gott wieder Oh, wichser, echt mal Mila kannst du für mich mal Platz machen Ich hab deine erste Hilfe für dich Hatte ich schon Ganz gern nochmal machen Ja, wie gerne Wow, das schon wieder Kein Problem, ich komme Schilder live Schilder live Ich bin aufgeladen Oh, mein Gott, ich brenne Ich bin down Lebst du wenigstens wieder? Hm Echt, das hat so Komm schon, joh Holy crap shit, Junge Ah, direkt hier Huren Verstanden, Huren Ach, verdammt, der ist so besitzt Oh mein Gott Juli, wo, nein Nie wieder, tu ich bei dir Re-sworn Ich denk so, okay, will sich das V-Sign hoch Oh, komm mal Und dann Park da neben einem Panzer, ey Okay, ich stelle fest, hier haben zu viele Dings Feind Oh, 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 I'm out Jahre lang Oh, 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 oh Und auch hier oben Ah shit Ach, das ist halt Kein primary Mal beim Leben du bist er erreicht die 3G, du mir nimmst ein. Verschwindung an Ressourcen. Nein, abrutsch! Schlecht! Wenn jetzt jemand sieht, oh mein Gott! Ich lösche es, es wird ein Highlight. Oh Gott, nein! Wer schießt, wer schießt, warum denn von rechts? Verstanden? Falsche Taste. Wir haben gerade Einsatzziel Delta neutralisiert. Einsatzziel Delta ist jetzt von unserer Kontrolle. Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich will nix sagen, aber guck mal, die G-Biste da. Hahahaha Holy Scheiß. Unser Netzwerk wurde gerade geackt. Kommunikation. Er hat eine Backe hier, gell? Aufklären. Ja, Börs. Aufklären. Ich hab den zeitlichen Panzerjäger gesagt, wenn sich deiner Position gesichert... Oh, natürlich. Oh, natürlich. Da kommt das Epis hin. Oh oh. Das war doch gezündet, verdammte Scheiße. Das war doch gezündet, verdammte Scheiße. Curses. Bob. Da ist aber noch einer. Eine E. Nein! Wir haben gerade Einsatz-Tier-Chani verloren. OBS aufgestanden. Zwei Schauschüsse oben, ne? Ist ich gerade allen Ernst? Sind dein Fahrzeug versteckt das doch ganz ist? Was? Ich hab Lichtkontakt zu einem feindlichen Helikopter. Das liegt in der Position. Okay. Wir haben immer die Asobischen vom Dach oben. Immer noch irgendwo. Wir haben nicht nur noch einen Lauf. Wo ist die Scheißtreppe? Die Leiter. Guck mal, das ist ein Haar. Das ist ein Haar. nein nein oh mein gott hier auf die seite da wo ich jetzt hinschaut mal zwei mann und da wo ich jetzt in schaue war nur einer geile ich hab zwei mann killt natürlich ja ich komme jetzt wieder drei panzer in gegende leute noch nicht immer auf einmal gegen ein sein hier mit dem vorderen teil die tür die tür kontakt und kontakt kommt ich bin dort zwei seiten bleibt erleben da oben beim feck nach machen und töten drei stück jetzt auch nur ich mich die ganze zeit gegen werden jetzt bekämpft ja auch kein schwein noch was ist gar nicht weil es in der panzer natürlich habe ich gekämpft ja einer wenn man von sieben leute bekämpft wird die der auf der brücke standen ich kann nur schießen oder ich kann mich ja nicht zweiträgern aber hier ist eine Wir werden mich verarschen. Das war knapp. 5 Meter zwischen mir und dem Boden sind nicht gut. Lade. Das ist ein Schütz hier unten drin. Von hinten mit der RPG. Ja, von hinten. Ich hab das separiert. 1, 2, 3, 2, keine Ahnung wie viele Möpfe hunderten. 3 waren so gut. Wir haben hier alles verloren hier unglaublich. Nö, wir haben noch A. Hört mal auf so schlecht zu sein. Ja, Mann, wir sterben ihr Feiglinge. Das war ein Wahrsein hier. Und der wurde rippt. Rippe die ripp. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Ja, ist wirklich. Das liegt trotzdem hier vorbei. Gegenüberliegen dritter. Ein Mann. Okay. Mila, Link. I'm down. Side again. Haushälfte. Erst will er nicht nach vorne und dann bleibt er einfach stehen, während er beschossen wird. Sag mal, wo sind die Leute? Ich hab schon zum Lagen. Ich hab schon zum Lagen. Ich hab schon zum Lagen. Ich hab's direkt rechts der Straße und die aus dem Gebäude rausgeht. Ich hab's das Boot alles richtig ist. Ich hab mir das Boot auch gemacht, jemals. Ich hab's jetzt aus dem gebäude rausgeht. Das Panzer. Das Panzer. Der Helikopter! Genau das wird sich von dir! Knapp dir die Kugeln, Mann! Oh mein Gott, das ist nicht gerecht! Ich bin nicht vorbereitet! Oh mein Gott, zwei Panzer bei mir! Ich hab ne feindlichen Scharfschütze! Doktor 2, ich glaub an dich! Oh! Wie ist deine Munition? Infanterie voraus! Ja! Wie denn? Nein! Guck mal, jetzt ab! Uran! Droom! Diese Mach 1 Geschosse! Einfach so warm! Mir kam gerade vor wie bei Worms Clusterbomber! Oh ja! Lass den Dicke mal raus hier! Ragefall! Noch einer! Das bist du nicht! Ey, Alter! Ich bin da! Juppe! Ach so! Ach so! Halt in Munition! Alles klar! Äh, das ist nicht alles egal! Das ist einfach nur... Geplezt! Hier ist deine Munition! Wir haben Einsatzstil Alpha Neutradi! I'm going for Delta! Komm mal rein! Komm mal rein! Ich hing fest! I say gang, going for Delta! Ich hab grad gesehen, dass du den getroffen hast! Er hat noch 100 HP! Stop licking my asshole, he said! Bye! Bye! Ich geh hier! Ich schieß doch mal! Oh! Ciao! Hier ist deine Munition! Wo ist er da und? Bitch, please! Wir haben Einsatzstil Delta neutralisiert! Capture! 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 Hast gar nix zu! Fahrzeug da unten nur! Ja, Leute! Hört mal nach rechts geguckt! Ihr blöd! Pah! Ähm! Ehm! Ruhig wieder! Dog is down! Dog is down! Nein! Hörst du hin? Vibrieren! Muss der Gas! Nee, ich... Wunder von aufnehmen, wenn ich mal alleine bin! Nein! Wir fragen mich neben mir! Bitte? Holt ihr deine Munition? Bitte? Wursterkampfpanzerfeindlich! Boy! Bastardos! Bewert! Das ist wahrscheinlich die Station! Das weiß ich doch nicht! Die Brücke, ja! Immer! Der Malmüler! Kontaktfront! So pressing! Die ist da! Schon wieder rüber hier hin! Lade! Dog, der ist ja doch irgendwo! Ja! Geh raus! Wo? Ja! Check, check, check! So fahren? Medic, Medic, Medic! Ja, gut, komm! Hier, deine Munition! Hol sie dir! Der Blech Bullion! Soll ich wieder Airbross click out jumpen und wegballern? Er hat sich verpasst, hat keine Munition mehr! Welche Tür ist das denn? Ein Minion! Ich hab ein Minion! Ein Minion unten drauf! Ich hab ein Minion als Logo! Oh! Oh, ok! Banana! 1, 2! Panzer! Nein! Er hat noch einen, weiß ich doch! Macht ihr das? Spieler, los! Ja, mach ich fertig! Los! Nein! Nein! Scheiße! Ja, ich hab's nicht mehr angekriegt! Ja! Noch als Tipp, wenn du aussteigen willst... Das war hier, auf Tank's Gameplay ja sieht! Ja! Wenn du aussteigen willst, dreh deine Kanone in der Richtung, wo du hin aussteigen willst! Ja! Ach so! Ach so! Ich konnte nicht mehr raus, aber schon zu später hab ich mich abhängig gemacht! Du stehen getroffen! 10 AP, da rennt der Ball weg! Wir kommen jetzt wieder massiv von drüben ab! Ich glaub ich wechs mal wie auf Medic, hier ist ja kein Medic mehr da! Was denn eigentlich schon vorgeschaltet ist grob? Bo denn? Als Versorger! Nicht viel, zwei Waffen! Gadgets mäßig! Waffen sind eigentlich echt unwillig! Munition und halt, äh... Versurspaket! Und Mörser jetzt gerade eben! Ich, 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 ich muss grad natürlich konzentrieren, weil ich lese neben bei dem Stop-Chat einfach nicht! isch! Mach, was? Ich, ich, ich... Ich, 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 ich... Ich lies, ich, 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 ich... andere Dacke welches Dach welches Dach welches Dach unter uns ist das noch einer oder oh 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 nicht abschätzt ich dachte gerade überhaupt ein Jet angeflogen ich gucke auf die Werbung von dem Scheiß Tower gerade mit keinem Jet dargestellt soll wir runter, soll wir runter, soll wir runter? gut, Panic Moment kommt ok los wo geht's rein, wo geht's rein? wo seid ihr denn alle? seid ihr runter? was? ich bin durch, ich bin durch, oh mein Gott capturing Junge Parktag ist breit genug an mir vorbeizufahren warum müssen wir die Fahrzeuge nicht immer von hinten ran? die kommen von hinten oh, 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 oh nein classic ich will, dass ihr die Achtung 1-10 Schaden und neutralisieren gewinnen doch gerade, oder? na klar ok nein, echt nicht die ist immer noch gecatcht wo denn, wo denn wo denn ein Panzer ich trau mich nicht mehr ich trau mich hier nicht mehr weg ich kann jetzt zwei mal einen hab ich hey, was trifft mich bitte hier alter nichts, nichts zu hören, nichts zu sehen oh oh ich komm mit Panzern Panzern über die Brücke zwei, drei Panzer ok, Spawn, Backe, auf und klärt Seid gern, Spawn, Backe, ist auf und klärt Spawn, Backe, ist auf und klärt Panzern raus drei Panzer draußen und ein LV oder zwei LV oder zwei LV Don't worry, we got this drei Panzern wieder zurück, zurück, zurück enemy is down enemy is down oh my god das war das shit der der muss korrigieren Moon ist hier für euch, Sir gibt die Deckung der Panzer schütze Fahrer raus ist gefahren gegangen ist einer unten rein gerannt wo denn unten wieder hinter dir oh ich geh die Treppe wieder vorne hoch Mist die Cross-Mister das war der Commander oh ey was denn dann kommt noch so was fick dich du blöder Commander der Fixer oh du scheiße ey was so ein B wer doch ein Chaineder ist die hier gewesen ja los es looks like Command & Conquer oh die haben einen hier nicht vorbei und zieht die nicht da drüben steht I'm down vom King Wing die verrauschen guck mal dass ich auch verlaust vorbei einmal von hinten schießt da schon einer ach 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 wir schießen überall da ähm ja ähm 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 ja Alpha ist ein Tank ready wut oh Pupgun scheiße viel Spaß viel Spaß da sind 2-3 Leute ich hab nicht Kontakt für das weiß ich das Wasser und endlich deine aktuelle Position rechts von der Treppe rechts von der Treppe rechts von der Treppe rechts von der Treppe schmeiß Granate kleinen Granate lol direkt neben uns direkt neben hier direkt neben hier hinter uns da Spawnbarke dort äh Gegner Spawn des Todes und TPA doch ist doch noch fest oder wer ne der andere ist noch da ist noch blinder euch dreht euch um Ecke boah mal du die Treppe ist halt gegen mich du enemy ist da und zeigen Uli pass auf na na da noch einer da noch eine Ecke noch eine Ecke er ist reingegangen boah bootengegangen wahrscheinlich ok ok auf netter Systemauswahl auf Rücksicht deiner Position ist ein feindlicher Pastajäger aneinsatz 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 Das ist ja nicht mehr so ein Duo, oder... Ich hab nämlich auch diese Vorrechte gekauft. Komm Felix, komm, komm. Haken geht doch mal ein bisschen. Nahbereich, Nahbereich, Nahbereich. Bravo mit Klaus. Ich bin schon ein Bravo mit Klaus. Bravo mit Klaus. Oh, einer, zwei, drei, 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 drei. Unten oder oben? Wo denn? Unten, 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 unten. Wo dort, wo dort? Mittlere beiden Läden. Ja, Schack, ich geh den Umweg. Hier, deine Munition, hol sie dir! Einen hab ich, einen hab ich. Los, 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 los. So. Neid is round, neid is round. Hätte Eli gesehen. Einer down. Noch einer, noch einer. Hinter uns, hinter uns! Einer. Die ist aber von uns wieder oben. Und wir sind... ...wird wahrscheinlich etwas kapiert sollen. Links! Rot. Der Pumpgun, Junge. Oh mein Gott! Was ist der aus? Er hat die Endzeit-LARP-Rüstung an. Die, ähm... ...Catletz noch gepostet hat. Das ist das Alter! Spot! Von hinten, von hinten, Treppe, Treppe! Das ist ne Endpastrobein rumlaufen? Hahaha! Guck, da wär hier echt... ...wär hier Panik angesagt. Ach, und dann runter gleich. Rampage! Kommt einer runter, genau. Durch die Mitte jetzt runter. Kontakt, Front. Bend down. Er hat auch 50. Tod. Tod. APG vor allem. Hast du grad mit nem Schrocke werden getötet? Jawoll. Ja. Von oben. Are you Sarah Connor? Wie geht ich mir vor oben? Wir losen Alpha. Wir losen Alpha. Komm wieder runter. Komm durch die Mitte. Sehr gerne. Wir losen Alpha. Männer! Sichert diese Zeit sonst ziehen! Ja, ich komm ja schon wieder schon da! Ja, 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 ja. Move, move, move! Bewege dich! Alpha, oder was? Einfach, bis wieder... Oh! Alter, Drift King! Hat er ihn über! Was machen, was machen? Ich hab die Tlo abgerissen. Check! Ähm, was? Nein, die ist stabiler als der Rest. Wir sind gerade richtig... Was zum Wichser? Wo war ich denn jetzt mit der Kanunde? Ja klar, wir waren zurück. Check, ready for orders. Wir sind immer noch welche. Wo hier? Einfach! Duft in den Seitengang hier. Ich sitze ab. Oh ja. Oben, oben, oberdach, äh, linke Seite in meiner Fahrtlichtung. Durch den Durchgang. Jetzt ist 2 Uhr Durchgang bei dir. Zur Wasserseite ist der Durchgang. Ja, erkannt. Oh, blockiert hat ihn. Blockiert hat ihn. Blockiert hat ihn. Blockiert hat ihn. Ja, man, ich hab kurz raus. Da hat er angenommen, hat er raus. What? Wo geht die denn hoch? Der ist runter, irgendwo hin. Gut. Hier, deine Kugel. Haben wir's jetzt? Sniper Rifle. Ja, 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 ja. Woher kam der? Okay. Noch 10 AP, Mini-Manic. Vielen Dank. Wo? Ich weiß nicht wo. Weißt du, wer das Treffer und weh getan hat? Guck mal die Dächer ab. Juhu. Wasch, schon unterwegs. Ich hab' den hoch. Links, auf dem Dach, oben. Da ist schon wieder einer da. Nicht ganz auf dem Dach, sondern bevor, zum Washbone. Ja, 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 fett. Wir haben Bravo verloren. Hm, zwei Panzer. Also, ein Panzer und einen. Ich bin down. LRB. Oh Gott. Hey, ey. Dog is here. Triple X, weißt du? Ja, wir müssen's haben. Und, mein, ähh. Ich weiß nicht, ob der O-Mat. Nein, schieß doch! Ehh. Fall aus! U-ZU-ZU! Ehh. 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 raus 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 das ganze Pumpgun, fuck! vom Wasser vom Wasser vom Wasser Kontakt Front bei euch in der rechte Hand war auch noch einer hab ihn einen hab ich den anderen hab ich warum würd ich losfahren, Junge? B ist nicht mal annähert eingenommen Alter das Kommando sparen Jagt sich noch jemand dort? Hier ist deine Munition Move Cap'n Fuckface Classic Going for gravel Nimm dir deine Munition hier drüben Auf die oben was reinzuschmeißen Das war ne kurze das muss man auch Nein, 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 es liegt noch es liegt noch, 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 es liegt noch Granaden sind raus Warte, hab ich, hab ich hab ich Ja, chill doch mal, was brennt denn jetzt? Ihr seid ja voll, einfach mit überrannt Hier ist deine Munition Bewegt euch Bewegt euch L.A.V. Oh, mega Ich hab ne Stinger dabei Fuck Ich musste nachladen Ich musste nachladen Inflation Rückwärtige im Bereich An den Häusern Ich hab grad auf die Taste gedrückt und über die Stinger rausklappen Warum steht eigentlich Charlie noch? Ach, es gibt doch gar nicht Keine Ahnung Ich würde sie gerne einreisen Nein, ich bin jetzt zu stören What? Alter, das war genau vor ihm Warum ist der nicht verreckt? Das für'n Scheiß grad gewesen, ey Und tschüss Du war P? Du warst das Arschloch, ey Repariert der mich nicht mehr, oder was da? Verdammt, ehrlich Glaubst du auch nicht, dass ich auch steiger bin? Glaubst du auch nicht, dass ich auch steiger bin? Glaubst du auch nicht, dass ich auch steiger bin? Hab ihn Brauch mal einen Matic Ich auch, jo Was ist das ein Idiot? Ehrlich, du mal Idiot Oh, fuck Ja, rumjammer und dann als Team nicht helfen, weißt du? Äh, Panzer Fällt auch mal ab, äh Ist das B? Und 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 Oh, das Katze Wer ist es? Nee, ich hatte kein Leben mehr. Okay, dann starte ich gleich die Karte neu, weil mir ist da gerade ein kleines Malheur passiert. Oh, großartig, dann geh ich mal jetzt noch mal schnell drauf. Nein, bestes nicht, aber... Ich hab schon gesagt, du hast die Kisten angezündet wieder. Tu es! Tu es, Mann, du bist Anni! Tu es! Okay, komm, wir nehmen den Tower ein. Wir holen den ganzen Scheiß-Gleider da runter, ich krieg' Hass. Ja, komm mal, ey. Wo geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Ich will nichts machen, es ist kalt. Wo geht's hier hoch? Frederic, ich geh für den Rad und darf nicht lieber sein. Ah! Ah! Schau, schau, Schütze! Nein, 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 nein! Da gehen wir ja eh nach einer Ruf rein. Okay. Äh, ich mach dann mal gerade hier einmal, ich weiß daneben, das Spiel neu. Ich, ich warte auf deinen Geist. Ja. Letztes Jahr könnten wir was zu essen. Hab ich noch eine 5 Minuten drin vielleicht? Hm. Ich fände an, ich hab noch einen Tachitos im Kühlfach. Hm, Tachitos? Ich hab mir eben Pizza liefern lassen, deswegen... Was? Fuck! Ja. Doch, 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 überlebe, überlebe! Die Grundeinig, okay! Shit! Du bist nicht zufällig in näher Hamburg und kannst mit dir aus deinem Kühlfach vorbeibringen, ne? Nein! Nein! Ja, ich meine erst nicht, ich weiß eh da hier eigentlich schon. Du weißt das auch nicht, bist doch mal... Du musst das ja nicht teilen, du kannst ihn mit dem Bett überlassen. Nein! Ey, hör mal zu! Ja! Wenn, dann steuere ich als erstes, weil ich wohne näher an ihm dran hoffen, oder? Könnte hinkommen. Hm, hm. Verlieren gerade alle wieder, alle. So, dann schau ich schon mal das Task Force Radio an. Wollen wir dann schon mal unten einfach in den Wartebereich sitzen? Ja, jetzt packt gar nicht so. Packt, 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 packt! Was, 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 was? Wer denn vom Boden war runter? Jetzt würde man nur gegen Pio spielen, er ist klar, ey. Boah, Leute, eventuell nach von Frederik, dann lassen wir schon mal einfach unterhüpfen. Macht was, er wollte erst mal. Wir müssen ja auch mal nie viel spielen. Ja. Ja. Jetzt kommen wir die zwei mal hoch. Wunder mich eigentlich, dass der Turm noch steht, so. Das sagte ich ja. Versuch die Pfosten zu zerschießen, denk ich. Er muss ja ein bisschen mehr schießen, als du solltest. Welche? Die auf der Wasserseite, oder die vorne? Alle, auf alle Seiten hab ich mal geschossen. Du musst die nur auf der Wasserseite wegmachen. Weil ich das noch weiß. Sind die alle auf der Wasserseite, oder das Ding, das auf einer Halbinsel steht? Das sind vier Stück auf der Wasserseite. Und die müssen nicht nur zerbrüßen, sondern komplett ab sein. Einer ist ja schon mal. Jörg, Alter, Jörg, da steht einer hier unten. Z.K. 8 C4. Jörg, da steht eine Munition. Hier drüben. Aber check sie back und so. Kontakt! Ober auf dem Dach, Ober auf dem Dach. Das Dach, Ober auf dem Dach, Ober auf dem Dach. Ich kann ihn nicht ziehen. Aber ich jetzt hinschieße, da oben drauf. Die lebt grad. Oh, wow. Ja, die haben die Stadisse grad alle nicht können. Überliegen muss es auch sein. Ah, danke. Gerne. Okay, da kommt ein Bastard. Warum sagst du das gerne? Hast doch grad nichts gemacht. Ich bin freundlich. Deutlich. Pff. Du Ruhm von anderen einkassieren. Check, check. Ah, ja. Im Kampf gefallen? Was? Achso, der Turm. Jetzt sagt auch keiner Bescheid. Ich bin da oben am Kämpfen wie Großer, ne? Wir reißen den Turm ein. Jaume, ne, mehr, Pssch! Ich bin jung. Ich hab nicht geflogen. Und das ist Live on Twitch, und wer da landet, und dann einfach mal ... Und was macht das Ende da? Oh, die Todes-Spinatrolle. Ja, so ungefähr. Bin nicht dritten. Wow. Juli, ich verspreche dir, ich mache so Press and Fire. ein habe ich glaube ich ich würde jetzt schon wieder von fünf leuten an passiert hier fahrzeuge haben sich leicht bestimmt fahrzeuge haben sich überhaupt bewegen sind immer die wäsche nicht mal die treppen fahren ja mache ich so gerne eigentlich wasser gegen seite wobei so bin ich noch gut so gut haben politik frage mich nur wo er hin wird Hallo. Hi. Hi. Du hast eben allein gespielt, richtig? Nein. Ich hab noch gar nicht gespielt. Ich hab ihn. Oh, hab ich gesehen. Oh, hab ich gesehen. Oh, shit. Hi, Doc. Die langen Gurt. Ne. Na, aber ich decken. Abelwissen! Geh, geh. Oh mein Gott. Ich komm hier nicht weg! Hilfe! Es warrollt Goldback. Goldbackback. Die f-regte alle. Oh,วกman. Mpt Service agents. Goldbackback. Was denn jetzt, Junge? Vor oder zurück? Oh, mein Fucker. Panzer und LAW über die Brücke. Nicht einmal am lieben Medic, Junge. Über die Brücke oder wo? Ja, gucken wir mal. Wo bin ich denn gespawnt? Ach du Scheiße. Sind drei an drei. Was? Ja. Was war das? 45 wieder runter? Was? Was wirst du halt nicht, ne? Jaaaa. Danke Bruder. Ich hab's einen Medic, da wieder den Tunnel, jetzt hab mal. Was? Ja. Ich hab den nicht markiert, was sind das für ein Panzer, bitte? Pants ist da? Jetzt brauche ich aber noch Pro. Oder durch? Mach, mach, mach. Jetzt lang auf die Wand. Nein, ich bin falsch eingestiegen. Ich bin falsch eingestiegen. Fein ausgestiegen. Okay. Oh, das war knapp. Doch, Junge, was ist denn von der Seite? Was? Ah, wird schon wieder ein genommen, ey. Das ist nochmal so nerdig, ey. Der ständig Feind auch hinter dir sein kann. Ja, der Commander nimmt da rein. Der Commander nimmt da rein. Der Commander. Der Command... Der Commander... Der Commander.. Ja Du hast du gekillt, oder? Ich weiß nicht, wer gekillt hat. Keine Ahnung. Also ich nicht. Ich hab auch voll auf seine Füße geballert, ey. Nein. Wieler? Ja, gesehen, gesehen, gesehen. Warte, warte, warte. Schuss von hinten wäre ideal. Und wieder kriege ich irgendwas von hinten rein, wo nichts ist. Alter. Ein heißer Schwein. Infer, infer da. Ich tu dir weh. Feuer. He, he, he. Ich brauche ich hier. Ich bin zurück. He, he, he. He, he, he. He, he, he. He, he, he. Ja, warte nicht, dass wir plötzlich sinken können. He, 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 he. Ja, zitt den Knaller. He, he, he. He, he, he. Oh, das war doch schön. Aber leider auf Aufforderung, deshalb zählt's nicht. Oh, ne, das wollte ich auch auf Aufforderung. Immer diese extra Würstchen. Ja, immer. Nur, das war ne knappe Brüder. Ah, verdammt. Woll den Gratsch mit dem Siele weghauen. Rage Mode. Was war das? Neuer persönlicher Rekord. Uh, ich meine auch. Weih, weih, weih. Eine Stunde Match oder was? Sorry. Ich hab nicht gelesen, was das war schon. Junge, Alter. Ich bin 38. Obwohl ich 38 brauche in dem Match. Keine Ahnung. Ich bin gleich Level. Was bin ich? Oder ich glaub 78 gleich. MBT, MBT, MBT. Die 1040 freigeschaltet noch. Okay, wer hat mehr als 172.000 Punkte gemacht? Weiß nicht, wieso. Okay, ich warte. Bin bei... Bin knapp hinter dir, würde ich mal sagen. Ich hab zwei Level gemacht, sag mal so. Fass. Weil das cool war. War auch nur weniger zum Boost. War auch nur weniger zum Boost. Wirklich. Ich hab's so lange gehabt. Bis die nächste Web anfängt, bis ich die alles durch hatte. Rrrrrrrr. Rrrrrr. Ja, musst du wenn machen. Ich brauch zu lange meistens. Bis zu schnappen. Ja. Ich brauch ewig. OB ist abgestürzt. Fuck. Let's go. Warte hast du irgendwas. Furcht. Ja. Okay. Ach nein. Also. Was spricht für welche Streaming-Plattform? Hm. Du erreichst du mehr. Aber Twitch ist deutlich verbreitet. Aber Twitch ist viel weiter verbreitet. Und auch von viel mehr supportet. Was heißt denn support? Naja, es gibt zum Beispiel für alles mögliche Plugins, für alles mögliche irgendwelche. Ähm. Naja, hier. Ich weiß nicht genau, wie viele Spieler für die Spiel, die auch direkt Stream überspielen. Ich glaube. Ja gut, aber die sind alle Gülle. Programme, die bei sind. Die integrierten Stream-Unterstützungen, weil die alle die Qualität halt... PPU-freundlich auslegen. Was dafür sorgt, dass du entweder abartig Band rein drückst, damit es ertragbar aussieht. Oder halt bei gleicher Bandbreite nicht anzuschauen ist. Ich bin ja gerade mit den NVIDIA-Karten, die ich ja nun hier so mal leider... ...habe. Ähm. Weil ich es total toll finde. Zwei grünen, vier und zwei rot. Hier links, links. Doch. Hä? Achso. Was meinst du? Äh. Ich zieh doch von hinten, ne? Ja, ich bring jetzt eh raus gleich. Jetzt! Also... Die. 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 Ich zeig nicht. Da ist es. Ja, aber nicht hin gerade fest dort... Hab ihn. Ja. Mal die, ich livre. Was ist dir denn hochgekommen, ey. Ich livre-Kart. Ja. Wie wäre es gerät. Was ist dir denn hochgekommen, ey. Laser-Marker bringt euch nicht gerade aktuell nichts richtig? Nee, ich hab noch Sumo-Raketen dabei. Ja, reicht ja. Los! Los, mit der Marienblatt! Jawoll! Hast du den Läufer? Den Läufer hab ich. Gut. Er fördert! Check! Level 39, ich krieg die 40er noch zusammen. Der hat uns wahrscheinlich vorhin angesehen, oder? Nee. Geht von aus. Auf flüten. Oh, schluten was. Achtung! Ich hab gestürmt, oder? Stürmt man schon, ja. Ich wollte das jetzt her. Aber gut, das hab ich gefallen. Oh, C4. Scheiße. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ab jetzt geschleicht. Wir haben gerade 1,5-4-Nelkan neutralisiert. Oh, das wieso. Das ist noch keiner. Das ist noch keiner, oder? Das ist noch keiner. wirklich muss ja schon dabei jetzt könnt ihr den laser helfen oh gott jetzt habt ihr aber ja okay da ist es gekommen seid ihr laut werden sterben wenn der laser geht ja warte sekunde ich bin dran jetzt kommt er gleich rein oder so wahrscheinlich gleich blommen er fliegt zwischen den gebäuden gut lang einfach weiter an er ist raus er hat geblockt ich bin jetzt nicht kurz auf dem gebäude ist glaube ich die andere Keine Wärmequelle. Ne, ist wohl da gefallen. Transport-Heli war da gerade. Läufer auf IP. Mit T. Zwei Stück. Transport-Heli. Einer down. Oh, loi. Ach, Alavi. Alle wie unter uns? Mehrere Nervaträgen. Und man in Alavi. ein schoss noch nicht Nichts. Wow. Echo. Tja, lol. Durchs Holz. Ich und mein. Ich und mein Holz. Hier, guck, guck, guck. Andererseits der Laser. Hier, der... ...billberg. Ja, oh. Steht... Steht nicht. Dein Block. Ja, nehm. Was haut gegenüber? Einer ist, ist einer von dem kleinen grünen Gebäude. Da sind wir in der ca. gefahrzeichen vor. 外, der Geld Passat. Und wir arbeiten da. Ich bräuchte nichts von mir. Ich auch, ich hab noch 13 Schuss. Ich und mein, ich und mein. Ich und mein Holz. Ich bin leer. Ab, hinten. Ab, hinten. Oh, ho, ho. Da sind die Leute auf einmal geholt. Da ist der Turm eingestellt. meine daten berechtigung ist verloren wieder ohne was zu sagen Sehr schön. Also du willst fahren. Nee, mach ruhig. Auf was? Wer schießt denn da? Fack mal links gucken. Ich schieße nicht. Du bist der Einzelne, der auf dem Passagier schießt. Ich schieße einen auf dem Passagier. Ich kann nicht schießen. Hör auf, Feuer zu drücken. Ich drücke dich auf Feuer. Du drückst. Ich gehe einfach raus. Tschüss. Ja, okay. Bitte, danke. Wo war der denn? Das ist irgendwo rechts. Da war ich Kontakt irgendwo hier. Ja, okay, er hat mich. Bilar. RPG Schütze, RPG, RPG. Ich habe ein Container vor mir. Scheiße. Ich merks. Wer hat der noch? Weißt du das jetzt mal? Bei der aktuellen Stellung. 50, 60. Okay, ich gehe raus für deine RPG. Genau. Ich habe die RPG nicht. Ich lasse mich hier da rein. Ja! Ich habe meinen. Ich habe den aufgehör gefahren, ja. Ich habe ihn hier aufgehört. Lila, Rot. Den habe ich. Ja. Ich kassier gerade so viel verkehrt nach vorne. Ja, Edelbert. Ey, das Schild war an. Alter, komm mal, das Schild war an. Genauso, wo waren die Anvisierungen, ey? Ich hab immer noch das Kicken gehört. Das war die Anvisierungen. Ne, ne. Das ist die Radarwarnung kommen müssen. Die haben die Anvisierungen. Die war überhaupt nicht da. Ich hielt mir hier gar nicht. Ich hielt mir gar nicht. Ich bin manchmal auch mit Rote einfallen. Was? Hundert Levelboard nicht, dass unter dem Ach einer ist? Was sagen? Was meinen? Vielleicht kannst du mal unseren Wähler im Sport. Seid ihr nicht? Fünf. Können einen rauschmeißen. Okay. 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 I have a dream. Okay. Danke. Nein, nicht drüber sch... Eine... Schöne... Die er hat allein. Tja... Ich bin doch nicht mehr auf den Platz. Aber die Leute auch nicht zu halten. Ich bin doch nicht mehr für die Leute. auch ich bin zu schnell ich fahre toll grüßesko und bis kein voll ach komm warum wird die überall ich weiß nicht was geht aber überall schieß alles aber ich komme nicht hoch was toll ich komme nicht hoch was toll Kulis Haus gerät boah ja ich stecke hier fest ich mach doch schon weg mensch gesprungen Da kommt mehr Level. Ich bin runtergeschrieben. Ich bin runtergeschrieben. Oh, da ist einer. Das war ja. Noch einer. Auf der anderen Seite. Jetzt geht es zu zweit. Wir haben unser Fahrzeug geblieben. Juli ist wieder da, oder? Soll ich Platz machen? Weil er war ja vor mir noch. Gut. So. Jawoll. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Echo. Oh. Oh. Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Alle wir und rund. Weg. Ein klinges. Weg. Oh. Der gefressen gerade. Immobilien machen fertig. Ich hab ihn. Mein Lamm. Der FG ist auch manchmal am besten. Der muss deutlich mehr schauen, oder? Na. Juli? Geh du wieder zurück. Hä? Ja? Ich will's nicht. Das ist auf der anderen Seite. Ich bin bei euch schon. So. Anderes. Vielleicht mal einen Squad zu den anderen. Ich hab dir grad Platz gemacht. Deswegen warst du vor mir da. Das ist Redstick wieder da. Ah. Ich will. So. Wollte ja nicht den Platz kommen. Oh. Ja. Natürlich. Mal rauf. 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 Ich merde dann. Ich nicht breaken. Mal rauf. Mal rauf. Mal raufel. ZumalNO-Aluer. Ach. Was Pelters ange Anat hatten. Mal ansetzen. Ja. Ich bekomme ihn, wie? Man wird euch nicht angenehm. Ach. Mal raufel. Mal raufel. Wir weiterだ. Mal raufeln. wer ist die gespawnt warum spawnt bei dir am liebsten ja und hier ist geschobst blutst du bist was ein sprung ich kann nicht da kann ich da kann ich dies oder weiß ich war dass wir hier ab dann lebt noch bei 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 zu pressen nur dahinten auf dem Balkon ich hab zuhause auch noch einen Block ja natürlich auch noch blöde was ich gerade nur ehrlich die 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 in zwei Schalter zu kommen wenn es dir mal so ein Ding Gönn dir Boah, wieso häng ich hier fest? Juni, was machst du da? Weiß nicht, ich war's nicht, der war schon, gell Der hing schon so was Shit Eine Spawnbacke Ja Nein Kontakt, Kontakt, oh mein Gott Das ist ja krass Ja Umgerüstet auch die Militärmonition Keine Nägel Hohlspitz-Nägel Aber wir gehen jetzt mal nach vorne wo der Kampf ist, direkt wieder vorne Äh, im A.B.C hinter uns Wo? An C? So, warte mal Was von unserer Base? Eine rausgesprungen aus dem Boot E E Oh, ein Echo Flash Echo Freezy, er zählt nur um das Cash Wow! Was? Wie? Wie hab ich den Kill gemacht? Nobody knows Nobody knows Wuhh 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 Der Punker Worte flying Dutchman Unter uns war der Rutschkern Ah, er kommt hoch Mehrere Einen hab ich Den anderen noch nicht Private Evo erwischt Oh mein Gott Drückt niemals doppelt E, wenn du ihn verspawst Irgendwas passiert da? Das schmeckt aus dem Fahrzeug Ah, irgendwie LRV Jo Wo ist denn der? Ich seh dich Oh doch Oh, ich bin tot Wann bist du nicht? Der V zerstört Da, ich muss noch landen Bring raus Bring raus Nein 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 Nur wenn die Geh den Block 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 Was geht es? Ich muss da rein Nein, Mensch, ich muss so lange nachhaben Bin ich Bin hoch Ah, dann fang ich dir raus Doch Vielleicht kann es auch nicht sein, den Info zu treffen Ja Achso Achst du die großen da lieber drin oder was? Nach der, ja, nach der Meimchen Schraube Nach der, ja, nach der Meimchen Schraube Warum packst du die großen rein, wenn du gegen ihn kennst? Nein, du triffst doch doch nichts Nein Kannst Kleine sind deutlich tötet Nein 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 Ja Ja Cool Süd mit in deiner Position scheinen feindlicher Panzerwagen zu sein Vorsicht mit Euern und zu Ja, ein Sniper. Nehmen den, nehmen den, nehmen den! Ja, ja, ja. Ah, ja, okay. Oh, doch. Oh, Gott. Ne, wie, wie zertumpft man, du, wie hier gerade geht. Ups. Ach, Ficke! Jawoll! Der Schwule oben oder auf dem Dach! Jetzt Dinger! Sausen, mein Block. Wist. Ach, Ficke! Aufheir! 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 meine mein zuhause beim block ich bin gespawnt wurde mit der schule das ist wenn munition weiter meine miene bei meiner miene das dinge ist auch schlecht freigert natürlich sogar drei hallo das soll ich so viel schütteln was schießt denn da ach ja damit zu und die Blumen im Topf und schlecht schlecht aber ich will doch gar nicht ich hab doch gewollt geht doch gleich mal rum was soll der scheiß ich habe kein cool dabei ist dann wird will ich dir abzuspringen ich bin fest ich werde sterben ich bin in die sch*** grafik geclitcht ja das gibt es ich bin ertrunken weil ich nicht herauskomme was ich noch gerade da ja einfach wo ich war tot gerade gestorben wo er schießt war neu man hat egal wo du spornst ist fast egal ja ja Ich hole meinen, ich hole meinen Holz. So, hast du einen Laser dabei? Nein, ich bin Versorger. Ich brauchte mal eine Luftabwehr, irgendwas in der Richtung. Leuchten, ich muss mir an der Seite nicht nehmen. Was kannst du, ne? Ich muss mir an der Seite nicht nehmen. So, was raus. Ne, du hast ja nichts lenken müssen. Das regt mich auf, ey. Warum muss ich eigentlich ständig ausweichen bei dem Arsch da? Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. Und das ist ein Ereignis. Ja. das ist mein finger von oben zu verhaken ist alles anders level 40 ja er beschwert sich gerade weil er verloren hat jawohl arm wo man nicht wieder die Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade nicht benutzt. Ich muss schon sehr ready sein. Nein, da ist... For the mother of Russia. For the mother of Russia? Alter, ein ganzer Squad hier, awesome. Achso, weil Echo er in den Kopf hat. Oh, was du dort? Oh? Na, schi, scha. Da? Einfachstieg Alpha ist verloben. Nein, Scheiße. Fuck. Fuck. Das war so viel. Scheiße. Der ist schon wieder. Ich hoffe, ich kann das gekämpft haben. Der läuft weg. Der ist doch viel zu schnell. Ich habe ihn gerade überhaupt nicht gefunden, weil er mir voll nach unten gerannt ist. Nachladen, Nachladen, Scheiße. Pomm. Schuck werden dein Gesicht Opfer. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja auch. Wir haben gerade den Echo, das ist ja auch schon. Wie für mummelt das Ding einfach, wie auf mir das heute schon in den Arsch gerettet hat, ne? Un-fucking-fassbar. Restlich deine aktuellen Befition ist ein Fall mit der Schafschütze. Wir haben einsatz und den Charly verloren. Ja. Ach, meine. Ach, meine. Oh, meine. Oh, meine. Der Feind ist in unser Netzwerk eingetroffen. Systeme verabschieden sich. Achtung! Feindlicher Helikopter! Westlich deiner Stellung! Das ist doch zum Kotzen! Ja, Mann! Egal, wo sind... Entweder Luftüberlegenheit, oder... Fahrzeugüberlegenheit, oder... Einfach Überlegenheit! Jetzt muss ich hier in allen Forten einfach... ...atomäßigem Flächen empführen! Jaaa... Feinderei! Roger, roger! Hm, hat er wehle wehle! Ain't more bodies that dead, you suck! Boah, Alter, weißt du... Als würde man der einzige Helikopter... Jaaa... Einziger Freund, ey! Nein! Ja, er natürlich wieder! Das ist zum Kotzen mit dem Typen, ey! Du wirst von mindestens zwei Stingers angesiedet, und der kann hier einfach rumfliegen! Wie blöd! Ständig immer diese Fahrzeuge... Ich bin hier in der jetzigen Position... Scheint ein feindlicher Helikopter zu sein! Wie hier ist ein LRV, ich kacke ab! Mhm... Wird der schon wieder... A Zion是什麼? Juhu! Wärme! Du wirst sie doch nicht zum Kotzen! Wärme! 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 Oh, leil. Oh, leil. Ich bin den Leck, du Scheiße. Oh, die sind da, Alter. Ah. Da ist ein feindlicher Scharfschützer, wendlich von dir. Das ist unser aktuelles Einsatzziel. Fahne, schön, ja. Ich bin noch angesehen, wie da wird. Wendlich deiner Stellung ist ein feindlicher Scharfschützer. Nieder, nach auf. Ah. Fuck. Was? Wie will ich den gefallen? Ja, ähm, die Flagge. Die Flagge haben sie geschossen. Aber ich habe ihn mitgenommen. Sorry, dass ich dich auch mitgenommen habe. Oh, das ist wirklich klar. Ja. Da sitzt nämlich schon wieder eine mit der Flagge auf dem Haus drauf. Hm, gesehen. Ja, das hatte ich auch. Ist hier ein Fahrzeug rot? Weil da niemand drauf sitzt. Weil das, 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 das. Ja, 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 ja. Vier will ein paar zu kurz. Fraktionszeitig nur. Das kann man nicht übernehmen. Das kann man nicht übernehmen. Das solltet ihr auch schnell fast zerstören, wenn ihr es auf unsere Seite zogen. Ah, ich und mein. Ich und mein. Oh, nein. Ich hab schon mal Zeit Krieger aus. Ich bin schon mal gardener. Ich bin so high und dann. Ich bin schon mal eingefallen. Ich bin echt. Ich bin auch in jeden Louder. Ich bin auch der Stadt. Alter, wie trifft er eigentlich nicht ständig? Ist klar daran. Das war schon so. Pfff. Loll. Wieder so eine Cruise Missile. Geht's doch. Das ist doch wahr. Geht's doch mal. Oh, ich kacke ab. Auch endlich ein Bitch, ja, was ist er denn? Nennst du mich jetzt etwas Bitch? Geht's doch. Geht's doch. Geht's doch. Geht's doch. Ich hab ihn vorher beschossen. Ja, LVP, warum kriegt er da keinen Motorschaden? Ey, sag mal... ...klar, du... ...türich... ...pff... ...klar! 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 da hat man auch ein gesäuert da oben da die ganz schön viel kaputt lohnt sich ne letzte runde ich will dass ihr dieses einsatz ziel verteidigt oh man rechte was Na klar. Warum hier direkt neben uns? Ach ja, alles gut. L.A.V. Wasser. Wasser. Das ist klar. Lade. Oh Das ist das 1.0. das verteidigen soll bop 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 next maps sind schon von Gai schon wieder? what a noob shit und ihr habt hier Lust drauf nicht schon wieder auf Shanghai aber man, wer votet denn diese Kacke mal? ich auch nicht die Schicht doch geschießt ist dies ich hab das nimmts auf den Vot-Server ja aber nicht ohne Kacke gewotet ja direkt auch du beschuld, instant und außerdem laufen hier auch nur die Vanillakarten drauf gleich wieder da ja wollt ihr nur die Vanillakarten spielen ey hier läuft alles nein also halt die ganzen Addons sind hier ja nicht drauf auch so ist das nur die das erste Ding da das anfangshalder hast du recht also ich würd auch lieber alles tun aber wenn man einen neuen noch sucht dann wär ich dabei ohja dich auch schau ich ruhig in eins schon mal ohja day das disponst ist das das also ja w ja und man ını Untertitelung des ZDF, 2020